Neues Spiel, neues Glück mit Brainfail und Ostler und wir sind in Rondo. Ich mag ja Rondo mittlerweile. Es ist irgendwie wie nach Hause kommen. Wir diskutieren gerade hier zerstörbares Terrain und ich glaube C4 ist da ziemlich mächtig. Wir müssen es mal ausprobieren, müssen wir nach C4 suchen. Wo gehen wir raus? Eigentlich sind da zwei ganz doofe Flutbahnen. Ach, mir ist wurscht. Ja, mir ist. Ich habe heute einen Short gesehen, das war quasi Endgame und da hat dann der Spieler C4 ans Fahrzeug getremst oder gehaftet, gehaftet und ist dann Richtung Haus gefahren, da wo halt die letzten Gegner halt waren und es ist halt kurz vorher abgesprungen und dann ist es hochgegangen und die haben so einen Chicken Dinner geholt. Richtig geil. Ja, ja. Muss man sich mal merken quasi, wenn man weiß, wo die Gegner sind. Schaffen wir nicht dahin. Ich glaube, wir müssen vorher abdrücken. Ja, dann machen wir halt hier. Ja, stressbar. Den einen Tag habe ich mit Turtles und Segelflugzeug geschnappt und ich hatte zweimal C4 und drei Handgranaten oder so mitbei. Naja, da wo die immer waren, habe ich einfach den C4 untergeschmissen. Das ist nicht schlecht, ja. Das funktioniert. Ja, das funktioniert ruhig. Das funktioniert, ja. Du kannst aber nicht warten, du kannst C4 nicht kochen, oder? Nein, Granaten doch eigentlich auch nicht, oder? Doch, doch. Granaten kannst du ja, kannst du einen Splint rausziehen und dann abwarten. Ach so, na, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich habe mich noch nicht. Nee, nee, bei C4 geht es glaube ich nicht. Also Granaten kochen ist ultra wichtig. Das ist wirklich ultra wichtige Methode, Mechanik. Die musst du schon, also das musst du eigentlich machen. Weil die Gegner einfach sonst, die super leicht dodgen können, ne? Äh, ich brauche einen Rucksack. Ja, ich habe eh den Grund hier unten. Hier liegt nur eine Erste Hilfe. Ja, ich brauche einen Rucksack. Du Brüder. Ja, hier ist ein Türchen. Ja, wieder so ein Raum, aber es still leer ist. Aber im Auto ist da, also ist es erstmal nicht schlecht. Äh, ja. Wir sollten dann auch, glaube ich, schon mal in die Zone fahren und da weitermachen. Ähm. Dann lass mal hier Grundausstattung erstmal, ja. Ja, ich habe ein bisschen. Ähm, spielt einer um? Äh, ja, ich tatsächlich. Also ich habe sie gerade ausgestattet. Okay, alles klar. Nee, dann, ähm. Ich wechsle so. Ah, nee, wechsle nicht. Wo, wo waren das Autos so jetzt gewesen? Bis hier unten. Ähm, ich markier es. Bis hier. Gut, dann würde ich sagen, einsteigen und dann fahren wir zu meiner Markierung. Da denke ich mal, da dürfte Ruhe sein. Ja, gute Idee. Ja, keine Ruhe im Team, ne? Und vielleicht haben wir Glück und da fällt auch gleich so ein schöner Loot-Drop runter. Eigentlich brauchst du dich nur an denen, weil letzte Zeit hatte ich immer Glück gehabt, weil ich mich an denen orientiert habe. Hatte ich den Druck perfekt mit der Zone gehabt. Du meinst, da wo die Loot-Drops runterkommen, ist die Zone-Mitte oder was? Äh, entweder die Zone-Mitte oder am Rand. Äußerlich. Also du kannst immer davon definitiv... Ah, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht zu wissen. Weil die letzten Male, wo wir dann nur noch, weiß ich, jetzt 10, 15 Leute waren oder so, war ich immer in der goldenen Mitte auf dem freien Feld. Und hab mich da einfach hingelegt und hab gewartet. Okay. Okay, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Ja, ich hab mir den Camper-Modus rausgepackt. Ja, Camper-Modus ist gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich, der Camper-Modus ist ultra effektiv in der Gegend. Lieber die Ene-Brücke fahren, ja? Ja. Genau. Weil... Und dann blau anfangen. Alles klar. Ja, okay. Ich dachte, wir wollten vorher nochmal irgendwo looten. Können wir da... In der Zone, bei... Da, wo ich blau markiert habe. Alles klar. Da ist ein Wiederbelebungspunkt. Okay. Boah, da würde ich eher nach dorthin gehen, tatsächlich. Ja, da werden viele hingeflogen sein. Das ist das... Ja, das stimmt. Ja, die zwei... Ja, die... Also... Ähm... Erstmal Brücke hier. Ich mach mal Brücke. Ah, mein Gott! Ist sowas passiert, wenn man die ganze Zeit ins GPS guckt? Ja, der kommt einfach aus dem Boden gerade. Dieser Baum... Der Schnellsprießer. Der Schnell... Der Schnellsprießer. Das muss ein koreanischer Schnellsprießer gewesen sein. Ja. Ja. Schnellsprießer. Da sind ja auch jetzt... Da hat sich die Gesetzeslage geändert. Diese Schnellsprießer sind jetzt alle legal. Ja. Hier könnten wir... Warte mal... Wollen wir hier... Nee, nee. Wirklich? Ja, hier... Wir los. Hier ist, glaube ich, hier los. Nee, nee, nee. Lieber nicht, ey. Lieber nicht. Das war mein erster Gedanke, aber... Oh, trifft. Komm mal. Komm mal. Wasser. Ja, von dir kommt gleich eine Straße. Du kannst dir einfach freuen. Hm. Das ist nicht schlecht. Also, ich tendiere mal entweder bei... Mei Rain oder Zhonggu. Da würde die Zone hochhören. Okay, ich... Ich kann nicht auf die Karte gucken, sonst... Sonst kommen uns wieder die Schnellsprießer hin. Ich wäre das nicht. Oh, mein Gott. Bridge Games. Seid ihr bereit? Alles aufgeladen, nachgeladen? Äh, warte. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer vor lauter Schrecken am Motor... ausmachen. Aber vor der Brücke können wir auch noch mal kurz anhalten. Die Hallen sehen gut aus. Ja. In der Auto steht auch noch hier. Das ist... Die dürfte noch was sein. Ich sehe da ein Häuschen hier. Weil ich trau diese Kubikette. Die ich... Die ich ja habe. Noch nie mit gespielt mit dem Ding. Ich bin erweitert. Ist die immer noch gut oder haben sie die mittlerweile in Grund und Boden genähert? Ja, ich muss sagen. Nach wie vor will ich hier auch gut. Spielt ihr, glaube ich, jeder Dritte, wenn ihr sie findet? Ja, ich... Die liegen am Pfann. Ich bräuchte ein Fünfer-Munizier und Ding. Tatsächlich. Also ich könnte die JS9 nehmen, dann kriegst du meine Fünfer. Aber ich habe halt jetzt nur 30 Schuss für die JS9, ne? Egal, egal, egal. Ich finde schon noch was. Warte, warte. So, jetzt Munition brauche ich noch. Ne, das ist gut, dass wir das so gemacht haben. Weil letztens habe ich Munition für... Ja, shit, ich habe nur ein Dreier-Scope für meine Sniper. Hier liegt ein Vierer. Vierer. Ja, Vierer, wenn nice. Ah ja, das... Das nehme ich. Gut. Ich würde sagen, weiter. Okay. Oh, ich habe einen Einser-Helden. Flugzeug noch nie gehört. Okay, alle waren an Bord. Jetzt geht's ab. Scheiße, EMP. Boah, knapp. Oh, das wird dauern. Oh, nochmal Glück gehabt. Das war knapp. Ich schaue die ganze Zeit echt auf die Karte. Das ist nicht gut. Da haben wir auch lustige Sachen schon erlebt hier an diesem Wasser. Mit dem... Mit diesem Schützenpanzer-Ding da. Ich fahre geradeaus einfach hier hoch, ne? Genau hier. Hier sind Lagerhände. Lagerhände sind immer gut. Lagerhände sind immer gut. Der in der Zone. Wenn jemand ne Dings hat, hier, 6er Scope. Nice, danke. Halte M5P ist hier. Ja, den hatte ich auch erst. Der wirkt schon in der Tasche. Ich weiß so lange, wie ich keine K finde. Oder Musa. Und da? M24 habe ich da? Äh, die kann ich irgendwie nicht mehr spielen. Ich treffe einfach nicht mehr mit dem Ding. Keine Ahnung, warum. Ich noch. Bin wo, äh, 9er Munition. Na, liegt hier an Massorum. Hier ist nochmal ein 6er Scope. Aber das bitte. Ich nehme mal jetzt 1 second. Ich probiere es einfach nochmal mit einem. Irgendwas muss ja funktionieren. Wir sind irgendwo bei meinem Marker. Gelber Marker. Da habe ich sie zumindest gehört, aber nicht gesehen. Wollen wir dann ab hier weiterlaufen, oder? Ja, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Oh ja, den Helm. Oh, den brauche ich. Ja, ich habe zwei ja schon. Ja, der ist das erste. Es ist halt episch, wie bis jetzt mit 1er Helm rum. Ich habe 284 Schuss, passt. Es ist keine Ahnung, die wächst an Bäumen hier in Rondor. Sehr gut, dann. Immer noch kein Flugzeug. Was ist denn hier los? Die Zone 1 ist gleich vorbei. Oh, ich dachte, wir wären viel weiter. Das muss ich ehrlich sein. Was meinst du? Zone 3 oder 4. Ja, wir waren ultra effektiv und sind super schnell rüber. Ja, du brauchst dich damit immer nicht beschäftigen, dann. Weil jetzt das letzte Mal, dass ich zugehe. Ja, das ist echt... Bei dem Game ist es so witzig. Du lernst, selbst wenn du das sieben Jahre spielst, lernst du noch Zeug dazu. Das ist echt krass. Boah, die M16, ja. Wer nimmt doch. Wer klopft? Ich nicht mehr. Ich habe schon sowas gestattet. Ready, Bonny? Ja, ja. Gut, weiter. Äh. Was hat ich gesagt, der? Mirain oder Junggu, wa? Wir sind genau neben Junggu und sind immer noch in der Zone. Wir nennen ihn jetzt nur noch das Orakel, ja. Das PUBG-Orakel. Oh, links geht was ab? Der Berg ist schon die Checklist, genau. Ich tendiere hier... Leon, du läufst alleine, gell? Ja, ja, ich weiß. Ich seh das, der geht auf dem Berg. Ich will nur noch mal kicken, weil hier ist Bahnhof oder sowas. Wo ist Bahnhof? Hier läuft doch auch noch mal hin. Komm, wie? Und hier war auf jeden Fall noch keiner. Sollen wir uns den Busbahnhof auch noch ohne den Nagel reißen? Können wir machen. Ja, let's do that. Äh. Gut, weil PK-Boom war nicht mehr. Wegschmeißen. Oh, beste drei. Perfekt. Hey, da hab ich Pfeilenbogen gestern mal das ausprobiert. Bruder, du musst da wirklich zielsicher sein bei dem Ding. Was meinst du? Äh, Pfeilenbogen hier. Ach du, äh, ja, okay. Du bist halt richtig inkognito, ne? Das Ding ist halt so ein One-Shot-Kill, ja. Obwohl, ist es wirklich? Ich glaube, es macht nur One-Shots, wenn du... Wenn du, ähm, Headshots machst, oder wie ist denn das? Jetzt, wo ich hier drinnen bin. Ist jemand noch draußen? Nee. Hier ist ein C4 bei mir. Wart mal, wart mal doch. Ich bin draußen, aber auf meiner Seite ist nichts. Ich seh kein... Ich seh kein... Balsch hier. Ich hab eine Spitzhacke hier bei mir. Genau bei uns hier, ja? Äh, ich würd sagen... Hier. Komm, wir graben uns ein Loch neben... ...neben der Crate. Ich kann die aber nicht aufheben, ne? Die ist markiert bei mir. Ja, weil du eine Pfanne hast. Oh. Wo bist denn du, Leon? Bist du ganz oben? Rest, du bist allein. Ja, ich bin auf dem Dach oben. Hab eigentlich alles im Visier. Die Schüsse, würde ich sagen, die kommen irgendwo hinten vom Berg. Ich... Ich... Ich pushe zu Crate. Äh, du kannst auf jeden Fall... Oh, nee, der fällt hinterm Berg. Warte, wir müssen unterstützen. Ja, wenn er hinterm Berg fällt, dann geh ich da nicht hin. Dann lassen wir es bleiben, ne? Ja, warte, warte, warte. Komm, welche? Die looten das Ding. Granate? Hab ich. Wir sterben jetzt. Da geht's ja raus. Auto, 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 Auto. Das Ding ist gelootet. Sind hier drüben. Gelb. Gelber Marker sind sie. Ja, da ist eine... Auto, ja, genau. Da irgendwo. Da ist eine Grosser drin. Da ist er. Boom. Knock. Orange, nach Markus sind zwei. Also einer ist hier knock bei mir. Man... Warum markiert denn der nicht? Da. Die anderen sind da drinnen. In der Halle. Hinterm... Hinterm Laster. Gut, der eine ist tot. Boah, die haben alle zu in den Bildern. Ich bin hier von mir. Ich würde sagen, wir sind nur noch schwer. Ja, hopp. Let's do that. Ja. Ja, ja. Haben wir Granaten? Nein, nicht mehr. Ich kann nur hier hinter der linken Wand sitzen. Schmerz, 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 bitte. Boah, ich habe Lautstärke überhaupt nicht. Ich bin nicht richtig, ob ich jetzt schuldige, wenn wir können reden. Die Halle ist sauber. Also auf rechte Seite. Da. Irgendwo. Wer ist da hinten drinnen? Da. Da oben. Jetzt war er draußen. Hab mich. Das könnt ihr mir gerade nicht glauben, was ich gesehen habe. Was? Das war ganz cool. Das hat auf ihn geschossen. Und auf einmal hat sich wie so ein Elektroschirm über ihn. So ein gelber Elektroschirm gelegt. Ich wollte ein Elektroschocken, aber ich habe leider daneben geschossen. Ach so. Ich denke mir die ganze Zeit. Hä, was ist das für eine Aktion? Ich wollte ein Elektroschocken, weil dann hast du ihn mit One Shot und dann kam. Aber ich habe leider daneben geschossen. Das war ultra knapp vorbei, ja. Das wäre voll witzig gewesen. Jungs, hier. Loote, loote. Da tut es doch mit. Und ich denke mir gerade. Hier an der Dings muss auch noch einer sein. Die Große ist einfach famos. Wo ist denn der andere? Das sind doch die, die an dem Dings fahren, oder nicht? Ich weiß es nicht. Rechts sind auf jeden Fall welche da dran. Ja doch, die sind doch hier runtergefahren. Die oben am Nootdrop waren. Wo ist der andere hin? Ich bin mir sicher. Ja, da wo ist der. Da wo die. Was ist das denn? Was hat er? Nein, er hat. Ja, warum bist du gerade so fokussiert auf das? Ich denke, du meinst vielleicht wo die Gegner sind. Na, Wander, wir haben gerade welche Platte mal. Aber ich müsste einen nur noch fehlen. Fällt mir mal gerade ein. Ja. Oh, hier links nehmen wir uns? Ja. Die kommen zu uns, die müssen jetzt zu uns pushen. Das ist eigentlich gut. Ja, eben. Eben, da oben. Das ist gerade. Der ist direkt hier dahinter. Der ist direkt dahinter, hinter der Dings. Hinter der Straße. Und immer noch nicht. Shit, wir müssen nach hinten sichern, Osler. Ja, weil die kommen. Die werden nämlich jetzt alle an uns vorbeigepusht von der Zone. Die können wir dann gut wegräumen. Nee, die Position ist scheiße hier. Ja, lass uns verkrümmeln. Ich würde sagen, wir gehen da, wenn da keiner ist. Wenn da keiner ist, dann wäre das wie ein Lottogewinner. Aber let's go, ja. Das ist ein bisschen Schmerz. Neben ist das Auto, Achtung. Von hinten, hinter uns. An den Häusern geht's ab. Aber ich glaube, es war hinter den Häusern. Jeder ein Stein und jeder ein Busch hier. Ich glaube, wir können in die Häuser reinpushen. Die sind gerade beschäftigt. Hoch, meinst du? Ja, ja. Die sind gerade beschäftigt. Falls da welche drin sind, sind die mit irgendeinem anderen Diots beschäftigt. Okay, super. Echt? Nein, wir sind allein. Perfekt. Nice. Kannst du das bitte? Irgendjemand schreibt mir die ganze Zeit in Discord. Ich werde wahnsinnig. Da drüben kommen welche. Oder einer. Nein, zwei. Die looten noch. Den oben rechts hier auf E kann ich nicht sehen. Welcher Marke ist es? Drei. Ja, ich sehe. Ja, ja. Zwei Stück. Die werden jetzt gleich von der Zone voll auf uns zugepusht. Hau rein! Wir chillen einfach. Die müssen zu uns. Hit. Ich muss nachladen. Ja, ich auch. Komm, noch einmal den Kopf da rechts zeigen. Komm, zeig ihn. Wir werden, glaube ich, von jemand anderem auch beschossen. Wenn die Zone jetzt... Ja. Ja. Ich würde sagen, egal, weiter. Achso, Schmerzmittelfeuer reinhämmern. Energy. Wo wollt ihr hin? Äh, gerade hoch. Oh, Alter, hier stinkt's Klo. Egal. Die laufen gerade über die Zone. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Die kommen rüber gepusht, ja. Auto von rechts. Zander hoch. Ist okay. Gegnerisches Team. Gelber Marker direkt vor uns. Ja, ja. Von rechts kommen auch noch welche. Auto. Scheiße. Egal, ohne Rücksicht auf Verluste in die Zone pushen. Egal. Auto kommt zu uns. Hä? Moment. Ja, jetzt wohl. Wir waren im Kessel gewesen. Oh, mein Gott. Hä, Moment. Von links, von vorne und von rechts. Es waren überall welche. Ja, das war voll... Oh, mein Gott. Ja. Hatte noch einer... Warte mal. Hatte noch einer... Nice! Du hast Turtle gekillt mit einem Headshot. Hast du es gesehen? Ich? Der Typ hieß Turtle. Echt? Ja. Geil. Actionreich war lustig. Schade. Ich... Ja. Geil. Ja. Hm. Du hast. Vielen Dank.